Ja, vielen Dank für das nette Geräusch. Wie man an meinem Namen hört, komme ich eher aus dem französischsprachigen Teil von Düsseldorf. Ich wohne in Stadtmiete. Nee, kann gar kein Französisch, keine Ahnung. Ich habe aber auch einen Text dabei, in dem ich ein Trauma verarbeiten muss. Und das ist auch dann jetzt so einfach der Opener. Zu Anfang hat man es immer ein bisschen schwer als Poetry Slammer. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal ein Statement setzen. Ich wollte einfach mal ein Statement geben, wohin die Reise lesen kann. Und bei einem unfassbar lyrischen Titel für meinen Text gefunden, um einfach so eine Hausmarke abzugeben hier gegen die Leistungsgesellschaft. Das ist alles Quatsch und darum heißt der Text der beste Text des Abends. Die Sachen, die du mir im Club ins Ohr säuselst, schmecken kaum. Das Bier in meiner Hand versteht mich nicht mehr. Du sagst, und du bist also Poetry Slammer? Ja. Krass, ich hab da ja. Oh nein, bitte nicht. Von dieser einen gehört. Oh Gott, er tut es. Kennst du die auch? Hier Dingens. Jule Engelhardt. Nein, kenne ich nicht. Doch, klar. Nein, lass mich. Doch, die war mega bekannt. YouTube und so. Okay, also noch einmal. Ein einziges Mal werden wir jetzt noch über Julia fucking Engelmann reden. Es liegt ja gar nicht so sehr an ihr speziell. Es gibt da draußen tausend säuselnde Herzchen, Sticker, Deutschpop-Texte, die tatsächlich gehört, gemocht und gekauft werden. Julia Engelmann ist nur eines von vielen Produkten, nicht der Ursprung dieser schmalztriefenden Kulturindustrie. Es mag kleinlich und nerdig von mir sein, Dinge ernst zu nehmen. Aber ich frage mich, was passiert, wenn solche Texte wirklich ernst genommen werden? Wenn man wirklich kippe rauchend auf 180 endlich alles hinbekommt? Sky, Amazon, Netflix, Maxtum, Tinder, Grindr, Gay, Romeo, Zeit, Spiegel, Freitag und die Süddeutsche. Alles durchgebummst, durchgeschaut, durchgelesen und auch noch ne Meinung dazu. Und du? Hast du schon dieses neue Grapefruit-Vitaminwasser probiert? Oh ja, das musst du probieren. Du musst healthy, clean sein. Dein Seelenleben muss ein anbetungswürdiger Tempel sein. Deine Haut braucht mehr Soft-Skills. Denn Schönheit ist Competition. Doch musst du dir dann leider nur eins eingestehen. Dein Leben ist ein Bitcoin. Du bist eigentlich nur nutzlose Scheiße aus dem Internet mit völlig aus dem Ruder gelaufenen Selbstwert. Mein Smalltalk-Schmalspürpilot im Club schaut mich ungläubig an. Aber die wollen doch nur Gutes und sind unterhalten, stammelt er. Aber die wollen doch nur Gutes? Ja, dann sollen sie wenigstens zu ihrer Künstlichkeit stehen und nicht so schleimig auf ihren Kultur-Tobokapitalismus süßliches Konfetti werfen. Wenn McDonalds jetzt ein grünes Logo hat, dann fresse ich danach immer noch Fast Food. Auch als Fanta ganz Bambucha für den Weltfrieden war, habe ich nach wie vor Zuckerbrause gesoffen. Wenn mein H&M Oberteil von 80 auf 50 Euro runtergesetzt ist, dann habe ich nicht 30 Euro gespart, sondern vor allem 50 Euro ausgegeben. Wenn ich auf meine Ernährung achte und auch hohe moralische Standards bei Essen und Kleidung habe, dann bin ich trotzdem ein Idiot, wenn ich meine vegane Winterjacke bei Amazon bestelle. Doppelmoral ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Eine atmungsaktive Outdoor-Jacke und ein SUV kaufen sich auch keine Abenteurer, sondern besser verdienende Stadtmenschen, die auf Poetry-Slams gehen und sich für was Besseres halten. Oder Bernhard Hoffmeister heißen. Draußen, zu Hause, sind dann nur noch die Obdachlosen vor dem Jack-Wolves-Kin-Laden auf der Königsallee. Natürlich werde ich eines Tages alt sein, oh Baby, und zurückblicken. Doch dann werde ich meinen Enkeln nicht von dieser Selbstoptimierungsscheiße erzählen. Denn auch wenn ich den Marathon gelaufen, die Buddenbox gelesen und auch bis 6 Uhr morgens wach war, bis die verdammten Brücken wieder lila waren, dann bin ich nicht automatisch besser als diejenigen, die all diesen Scheiß nicht gemacht haben. Unser Leben, unsere Freizeit, unsere Ideen, unser Feingeist sind doch kein verdammter Wettbewerb. Manchmal kommt es mir so vor, als sei der Druck, erfolgreich und gut verdient zu sein, genauso groß wie der Druck, sein Leben in vollen Zügen genießen zu müssen. Also mein lieber Partyfreund, wenn du dir das nächste Mal überlegst, ob du dir lieber 4 Stunden Regie-Theater mit Nackten gibst oder ob du doch irgendeine Serie durchsuchten sollst, dann ist mir das scheißegal, was du machst. Denn auch Langeweile und Faulheit geht nicht nach dem Leistungsprinzip, sondern ist ein ganz normales, gleichberechtigtes Empfinden. Wenn man sich weiter in diese Spirale werfen will, wird Freiheit am Ende nur noch das sein, was sonst die Algorithmen übrig lassen. Und bevor ich jetzt hier nach eurer Wertung aus dem Wettbewerb ausscheide, sei euch noch eins mitgegeben. Egal, ob ihr euch jetzt ein Julia-Engelmann-T-Shirt, ein Che Guevara-T-Shirt oder sogar ein feministisches T-Shirt kauft, ihr könnt euch dann gerne darüber freuen, dass es 10 Euro runtergesetzt war, aber gewonnen habt ihr damit noch lange nichts. Vielen Dank. Das war für euch, Bernhard. So.